Wer schafft es durch 100 Holzwände? Like, wenn du glaubst, der Ferrari. Abonnier den Kanal, wenn du glaubst, der Lambo. Ich bin gespannt, wie ihr abgeschnitten habt, Leute. Oh mein Gott, glaubt ihr, der Ferrari schafft es? Hashtag ja oder Hashtag nein. Oh, und weiter durchkämpfen, weiter durchkämpfen. Ja, genau so, genau so. Vorsicht, nein, nicht hier raus. Okay, der Ferrari hat es schon mal nicht geschafft. Gucken wir mal, wie weit der Lamborghini kommt. So, schön rein hier und durch 100 Holzwände. Dann guckt euch an, wie viele das einfach sind. Und mega, mega viel. Und man sieht hier den Lamborghini. Der hat schon einiges an Schaden genommen. Aber wühlt sich weiter nach vorne. Ist auch schon weiter als der Ferrari. Aber kommt er bis ganz zum Ende und kann sich die Trophäe sichern? Oh, komm schon, komm schon. Oh, jetzt sogar nach oben. Ist es das Ende? Ist es jetzt vorbei? Oh, was macht er, was macht er? Schön, weiter, noch weiter, noch weiter. Und mit Vollspeed geht es hier weiter, Leute. Er wühlt sich hier wirklich durch Watt. Und boom, durch die letzte durch. Zack, hat sich die Trophäe gesichert. Lasst ein Abo da für mehr.